Wenn man in eine katholische Kirche geht, gibt es dort meistens eine Menge heiligen Figuren. Verstellen uns diese nicht die Sicht auf Jesus? Nein, die Heiligen verstellen uns nicht die Sicht. Sie weisen auf Jesus hin. Denn in den Heiligen sehen wir, was die Gnade Gottes im Leben eines Menschen alles vermag. Die Heiligen sind sein Werk. Die Heiligen zu verehren, nimmt also Gott nichts weg. Es ist so ähnlich wie in diesem Beispiel. Wenn ich ein Bild lobe, dann lobe ich damit den Künstler, der es gemalt hat. Oder wenn ich ein gutes Essen preise, dann lobe ich damit den Koch. Die Heiligen zu verehren, schmälert also nicht die Ehre, die Gott allein gebührt. Im Gegenteil, in den Heiligen preisen wir die Größe und die Kraft seiner verwandelnden Gnade. Denn was die Heiligen sind, sind sie durch Gott. Nun, die Heiligen stehen uns nicht nur nicht im Weg, sie helfen uns sogar auf diesem Weg. Erstens, weil sie uns ein konkretes Beispiel geben, wie wir Jesus nachfolgen können. Und zweitens, weil sie unsere Fürsprecher bei Gott sind. Das mit der Fürsprache ist so. Jesus ist natürlich der einzige Mittler zwischen Gott und den Menschen. Aber das schliesst die Fürsprache der Heiligen nicht aus. Immerhin macht Jesus es auf Erden ja genauso. Er lässt Menschen mitwirken. Er hat uns seine Botschaft anvertraut. Er lässt uns teilhaben an seinem Heilswerk. Er vertraut es uns an. Gott ist da nicht knausrig. Im Gegenteil. Er, der den Menschen nicht braucht, will ihn teilhaben lassen an seinem Werk. Und warum sollte dieses Mitwirken nach dem Tod enden? Die Heiligen leben doch bei Gott. Er ist ja ein Gott der Lebenden, nicht der Toten. Jene, die bei Gott verherrlicht sind, sind immer noch ein Teil der Kirche. Wir sind mit ihnen im mystischen Leib verbunden. Sie sind unsere Brüder und Schwestern, verherrlicht bei Gott. Und wenn schon die Heilige Schrift uns hier auf Erden auffordert, füreinander zu beten, um wie viel mehr muss es dann für jene gelten, die bereits vollkommen bei Gott verherrlicht sind? Es macht also Sinn, die Heiligen anzurufen und um ihre Fürsprache zu bitten. Übrigens, die Verehrung der Heiligen, vor allem die Verehrung der Jungfrau Maria, ist keine katholische Eigenart. Es gibt sie in allen christlichen Kirchen, die auf die Apostel zurückgehen. Wir finden sie nicht nur im katholischen Westen, sondern auch im orthodoxen Osten und im Orient, bei den Griechen, Russen, Armeniern, Kopten, Äthiopiern, Kaldeiern, Indern oder Syrern. Heiligenverehrung ist also keine nur katholische Sache. Sie ist eine christliche Sache, seit den frühesten Zeiten. – – –